Bevor wir aber richtig an die Arbeit gehen, hier von wegen Bomben entschärfen und so, müssen wir nochmal zur Strebe A und uns eine Pistole holen, die ich jetzt gerne haben wollen würde. Da benutze ich einfach mal mein Vorwissen, über welches ich ja verfüge. Was wir aber natürlich tun können, ist die Bombe hier schon mal entschärfen. Ene, mene, muh und raus bist du. Yay! Das hat natürlich nicht gepasst. Hört ihr das? Dam, dam, dam! Wer hätte das gedacht? Also mal im Ernst. Bing! Aber ich glaube, ich habe bei Weitem nicht mehr alle Bomben raus. Raiden hier. Ich habe den C-4 in Strut C. Der Knochen des Mädchen war bereit, um zu blow. Das ist nicht so, wie ihm. Was ist falsch? Vielleicht. Plissken hat auch andere Plissken gepasst. Und keine von ihnen sind die Demolition-Präume. Was hast du gesagt? Das bedeutet, dass sie nicht die besten Plätze zu wählen, wenn du das Haus würdest. Du sagst, dass sie nicht planen auf die Schelle aufbauen? Es ist sicherlich so, dass es nicht so gut ist. So far, wir haben nicht alles gesehen, aber ein Wälder von guten Explosives. Und weniger, natürlich, dass wir etwas missen können. Eine Trap? Er konnte nicht mehr überlegt, dass ich mich in das Wort klingelte. Es ist etwas passiert. Oh yeah. Wir sollten auf jeden Fall weitermachen. Wir riskieren ja nichts. Ha, die paar hundert Menschen leben. Gut, paar Dutzend. Meine Güte ist ja auch. Läuft auch selbisch hinaus so. Mal schauen. Stopp! Mist. Ah. Ich bin so ein mieser Schütze. Ich bin so ein mieser Schütze. Geh kaputt! Geh kaputt! Ja, ich wollte nur demonstrieren, wie genau ich schieße und alles. Und, äh, überhaupt. Und das ist bestimmt super lustig, wie er das Spiel als Shooter zu spielen. Und, ach ne, nicht doch. Wir spielen hier Rollenspiele und keine Drecks-Shooter. Oder wenn das klar ist. Okay. Los, 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 los. Bisschen fixer, bisschen fixer, bisschen fixer. Okay. Hopp. Super Sache. Und laufen, 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 laufen. Hui. Zum Glück ist Herr Kojima, der Entwickler der Metal Gear Reihe, immer sehr großzügig, was die Sichtfelder des Feinde betrifft. Und, ach ja, hier sind wir. Wie komme ich hier am besten lang? Angeln. Null. Und, hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hoffen, dass wir rechtzeitig, genau, so zum Beispiel. So, und, hopsasa. Guck, spum. Ganz akrobatisch. Niemand. Ah, super. Das läuft ja alles wunderbar. Stuart A. Pampu. Höpa. Ja, was ist das? Naja. Gut, wir... Ich hoffe, wir können den Fahrstuhl benutzen. Weil sonst geht mein Plan nicht auf. Ich hoffe hier... Nein, natürlich können wir den Fahrstuhl nicht benutzen. Ganz super. Na gut, dann müssen wir da jetzt so durch. Macht aber nichts. Schaffen wir schon. Rutsch weh. So, wo steckt der Kerl? Da ist er. Bewegt dich! Vielen Dank. Okay, hier müsste auch einer rumgeistern. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Und so. Ich hoffe einfach mal, dass er uns hier jetzt nicht sieht, wenn er hier lang geht. Weil wir ja hinter den Rohren sind. Er hat uns nicht gesehen. Yay! Ah, heute muss mein Glückstag sein. Ach, das wäre so schön. Wenn wir denn den Fatman in dieser Aufnahme noch klein kriegen. Das wäre toll. Sprich schnell. Das ist Rhyden. Das C-4 gefunden in Strut A hat sich in den Strut A verbrechen und verbrechen. Explosiven wurden in der Pump Room auf dem ersten Platz. Das ist alles falsch. Das ist etwas, was nur ein Allerzer machen würde. Was bedeutet das? All die Bombs, die so weit verbrechen sind, nicht in den richtigen Bereichen. Und die Quantität von Explosiven ist nicht sufficient. Auch Fatman kann Fehler machen, richtig? Nein. Es gibt noch etwas anderes hier. Wir gehen mit dem Verbrechen, Rhyden. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Du denkst, es ist ein Verbrechen? Ich weiß nicht, aber ich werde Klisken sagen, dass es auch wieder zurückkommt. Hörst du dich! Na, Wachmann, wo bist du? Komm raus! Denn nicht. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. So. Nein, hier bin ich wieder falsch. Okay, F.A. Connecting Bridge. Kann ich mir die Kamera? Kann ich mir die Kamera? Aber fluggeräte. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin so mies. So, jetzt müssen wir nur noch... ... jetzt, du... ... doch mal ab. Danke. Okay, sobald er da wieder runter geht... ... rennen wir rüber. ... jetzt zum Beispiel. Oh, ja. Noch keine Kamera? Noch keine Kamera, super. Mann, da läuft ja wie geschmiert hier aus. Stradwalf, woher hau uns. Und so. Du, du. Okay, auf geht's. Na, voll. Voll ist nicht gut. Ach, hier liegt die. Na, Mensch, da wären wir völlig umsonst im Streber A reingerannt. Also nach unten da. Gut. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier ungesehen durchkommen. Wir haben jetzt übrigens wieder die M9 von der Tanker-Episode. Und sie hat immer noch eine betäubende Wirkung. Oh, oh. Oder eine einschläfernde Wirkung. Nein, 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 nicht gut, 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 nicht gut. Alter, bleib stehen. Okay, wir gehen doch lieber den klassischen Weg. Es ist ein wenig eng dort drin. Und so dunkel. Na, wo ist er? Komm raus. Verstecken spielen ist blöd. Ich will nicht mehr. Ich kann hier Ewigkeiten warten. Die KI braucht nicht meinen, dass sie mich hier irgendwie verarschen kann. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. Hey, da ist einer. Und da auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Der muss hier weg, der muss hier weg, der muss hier weg. Hm? Nein, 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 nein Ja!